willkommen hier auf gaming paradise zur nächsten folge von lego city undercover ja leute benutzen wir haben versucht hier diesen hühnerklug zu meistern und genau da werden wir jetzt noch mal starten uns fehlt ja jetzt nicht mehr so viel hier in dieser in festival square aber ein paar minuten wird die folge hier noch gehen ich denke mal vielleicht zehn minuten oder so ich wollte den letzten part aber jetzt auch keine halbe stunde gehen lassen schauen wir jetzt einfach mal kommen wir auf das haar drauf oder stürzen wir vorher fast das finden ja da unten ist was wertvolles stein ich will mal goldener sagen jetzt war falsch goldene steine sind wir dann jetzt müssen wir nur noch zwei kostüme finden wenn ich richtig liebe und wir wissen ja zumindest mal was wir dafür finden müssen und zwar zum einen dieses und zum anderen mal so ein basketballfeld schauen wir mal ob wir das schaffen wir müssen erstmal schauen was das richtige war das war es nicht das war es auch nicht aber hier haben wir schon mal was entdeckt dafür gibt es ja das ding jetzt muss man eine runde basketball spielen auch die teig sind Warum haben Sie das gesagt? He he! Was ist das? Muss los! Hab ein Termin! He he! He he he! Ja! Und jetzt haben wir das nächste Kostüm. Oh! Oh, ich würde da nochmal schief gehen für den letzte Wurf. Aber ist er nicht. Oh! Jetzt müssen wir noch eine Sache holen. Dann sind wir auch da mit drüber. Oh! 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 Ist es in meiner Tasche? Hm. Ich hab mir jetzt... Ah! Schon gefunden. Das ging ja jetzt doch schneller als erwartet. Oh! 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 Ich habe nicht eingesammelt. Oh! 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 Gorko auf meinem Sandpitch. Ich habe das verpassen. Oh, jetzt haben wir das Letzte. Die Stühle ebenfalls. Schauen wir uns mal kurz an, was wir alles geschafft haben. Ein Gang verhaftet. Zwei Geldautomaten haben wir geknackt. Dann einen besonderen Felsbrocken gefunden. Haben den Außerirdischen gefunden. Ein Blumenbeet gegossen. Eine Katze gerettet. Den Kaffee getrunken. Dann den Superbohrer gemacht. Den Grill gelöscht. Das Schwein gefunden. Das Gebiet erobert. Ein Auto geklaut. Ein Auto wieder geholt. Dann drei Superbauten. Den Bahnhof. Ein Parcours gemacht. Und zum Schloss eine Verkleidekabine gefunden. Dazu eben noch zwölf Kostüme und fünf Autos und den roten Stein. Dann schaue ich mir jetzt mal kurz an, wie lang dieser Part geht. Und ob ich noch etwas dazu bauen kann. Also nicht. Ich will jetzt so oder so einen Cut machen. Aber wenn da nichts mehr zu machen ist, dass der Part lange genug geht. Jetzt werde ich nach dem Cut nur die Verabschiedung noch heranschneiden. Also dann bis gleich Leute. Also Leute ich werde jetzt. Vielen Dank. Ich werde jetzt nur noch die Verabschiedung heranschneiden. Habe ich mir überlegt. Aber doch einen kleinen Special hier raus bauen. Und zwar sind wir ja beim letzten Mal hier runter gesprungen. Um dann den Autodeep festzuhalten. Das werden wir jetzt ein bisschen anders machen. Und zwar so. Yay. Skaten macht Spaß. Schauen wir uns hier noch ein bisschen rum. Hier gibt es hier, wie gesagt, nicht mehr zu tun. Aber es heißt, hier gibt es hier nichts zu tun. Nichts mehr. Aber ich möchte den Partner so einfach beenden. Vielleicht finden wir noch ein paar Stunts oder irgendwas cooles. Das ist auch nichts. Ja, hier haben wir leider auch nichts. Hier haben wir leider auch nichts. Ich wünsche euch dann schon mal viel Spaß mit dieser Folge hier. Euch noch einen schönen Abend. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer gibt dem Partner noch einen Like, wenn der euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Parts mehr zu verpassen. Ich bin dann für das erste Mal raus. Und sage dann mal, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Rot rein. Ja, hab ich ja gerade schon gesagt. Mal gucken, ob das passiert, was ich jetzt hier denke. Damit endet nämlich gleich der Part. Mal gucken, ob wir da rüber schwimmen können. Mal gucken, ob wir da rüber schwimmen können. Eigentlich auch mal ganz witzig. Ne, können wir nicht. Da werden wir von der Dingens aufgehalten. Lange genug dem Fad gestreckt. Wie gesagt, Leute, bis zum nächsten Mal auf rein und ciao. Ja, natürlich habe ich bei dem ganzen Hin und Her vergessen euch was zu erzählen, super gemacht. Und zwar geht es darum, Leute, ich möchte auf 100 Parts am Ende kommen, deswegen wird es noch einen Zwischenpart geben vor dem großen Final und in dem Part werde ich euch dann zeigen, was passiert, wenn man, wir müssen mal ganz kurz hier hinspringen, wenn man von den Banden, den Bankautomaten, den Steinen, den Außerirdischen, Blumen und, 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 und alle gesammelt hat, da gibt es so ein kleines, äh, ja, gibt es so ein paar Sequenzen und Überraschungen dafür und das werde ich euch im nächsten Part zeigen. Damit verabschiede ich mich aber diesmal wirklich von euch. So, ich sage bis zum nächsten Mal, drei Leute und ciao. Tschau. 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 Tschau.